Nummer 15 ist noch 2200 Kilometer entfernt und fliegt jetzt gerade an Italien vorbei. Hier können wir schon Sizilien sehen, den Stiefel und die Ägäis. Receiving weather information from the Satellite NOAA-15. The Mediterranean Sea, you can see Turkey, Italy at the left side, Greece in the middle, and the Black Sea at the right side. NOAA-15 zeigt um 15 Uhr 52 UTC gleich zwei Stürme an, die auf Europa zukommen, vom Atlantik. Hier kann man es noch etwas besser sehen, weil der Kontrast jetzt besser eingestellt ist und es auf MSA, auf Multispektralanalyse gestellt wurde. Das ist Wolmetsch vom Airport Köln. Heute ist es sehr stürmisch. 1.0 UTC und 6 UTC Wind 1.0 Degrees 1.9 Knot Guts Maximum 2.9 Knot Visibility 1.0 Kilometers Cloud 2.2 1.000 Feet Scattered 1.000 Feet Temperature 2.2 1.3 QNL Trend 06 Information Oscar 1.0 Knot Meine neue 2-Meter-Anne für den Scanner Jupitero MVT 7100 Empfängt damit sehr gut 1.4 Left Transition Number 7.0 Expect continuous defense approach Out Flight Level 7.0 Between 2.0 UTC And 6 UTC Wind Es ist sehr windig.